Recht herzlich willkommen zu Graveyard Keeper, Breaking Dead and Stranger Sins. Ja, wir haben genächtigt, wir sind wieder voller Energie und sind jetzt wieder unterwegs, um weitere Dinge zu machen. Wir hatten das Bier noch offen, das denke ich mal sollten wir dann jetzt erledigen. Jetzt weiß ich gar nicht, wo der war. Ist der da hinten? Irgendwo bei diesem Erdhügel ist der ja, oder? Der, wie hieß er denn jetzt noch, ne? Der, ja genau der. Naja, ist das hier? War das hier? Ne, hier ist doch falsch, oder? Hier können wir nicht weiter, da ist zu. Naja, mal rumgucken ist ja auch nicht verkehrt, oder? Broken Appiary, Select Object to Craft. Ja, keine Ahnung was man da Craften oder Repairn kann, egal. Okay. Warte mal, hier sind Bären dran, ne? Die nehmen wir doch mal mit, Berries. Da oben sind noch mehr Bären, die nehmen wir dann auch noch mit. Gingen die Steine hier auch? Tatsächlich, da nehmen wir auch noch Steine mit. Wir müssen nur aufpassen, dass wir genug Energie nachher noch haben, ne? Hier ist auch nochmal Stein. Keine Ahnung, wofür es gut ist. Und das ist Holz, oder? Metal Scrap and Flitch. Geht das auch? Das ist aber was anderes, ne, oder? Das wäre steinig doch, das wäre Holz. Okay. Okay, da ist eine Leiche gekommen, das heißt, wir müssen wieder runter zum Esel, wenn er noch da ist. Schauen wir mal, ne? Achso, wir müssen den Weg runter und dann nach links, war das, glaube ich, ne? Genau so ist es. Ja, das bleibt uns dann nichts anderes übrig, als die mitzunehmen, oder? Äh. Und hier unten ist er doch, ne, oder? Leg das erstmal drauf und dann quatschen wir ihn an. Er will ja sein Bier haben, das müssten wir ja haben. Hey, where's my beer? Ähm. Gibt hier mir Bier. Wie, wir haben keins? Wir haben noch das Bier, oder nicht? Leave. See you later. 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 Autopsie. Können wir nix machen, oder? Anderen Body Part. Take Body. Ja, können wir nur wegschmeißen, ne? Und Priet aufbringen, so war das nicht, wegschmeißen. Gravesite. Ach, das sind immer drei, die da nur hinpassen. Okay, dann ist das so. Ne, das war nicht bewegen, sondern begraben. Und da sind wir im Weg. Das Grab ausgraben. Ausheben. Dann, äh... Und beerdigen. Und beerdigen. So. No Gravestone, okay, das brauchen wir dann nicht unbedingt hier. Äh, Build. Können wir dann Gravestone denn bilden? Nein, Gravesite nur. Flower Bait. Dafür brauchen wir was? Peat und... Red Flowers, okay. Red Flowers wäre jetzt nicht so ganz so schwer. Okay, das geht nicht. Gut, äh... Jetzt frage ich mich gerade... Moment, da ist doch das Bier. Am Mug of Beer. Was ich da nochmal hin, oder? Hey, wo ist mein Bier? Gib mir Bier. Weiß ich auch wieder nicht, wie das Bier da geht, ne? Keine Ahnung, wie das mit dem Bier läuft. Ja, keine Ahnung, wie es geht. Gib mir Bier. Würde ich ja gerne tun, aber ich weiß nicht. Ich hab doch das Bier dabei, oder nicht? Bin ich jetzt doof, oder was? Gary, was machen wir bloß mit dir? Inventory ist hier. Ein Mug of Beer. Tja, keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Schauen wir nochmal rein. So, nee, das... Ja. Leave. Ich weiß es jetzt auch nicht. Jetzt gehen wir erstmal weiter. Und wir haben ja wieder Fleisch. Und das... gehört ja im Prinzip zur Kneipe, oder? Aber der will ja so einen Stempel haben. Lass uns mal gerade nochmal gucken. Ja, Technologie. Known NPCs. Character. Technologie. Das haben wir für Slice. Extract Flash. Das ist auch erledigt. Gentle Butcher. Ach so, ja. Das waren ja hier noch zig andere Technologien. Theologie. Simple Gravestone. Können wir machen? Oder haben wir schon? Das sind die Punkte, ne? Unlock. So, jetzt gehen wir gerade zum Friedhof zurück und gucken uns das nochmal im Friedhof an. Gucken, ob wir da eine Möglichkeit haben, den da an diesem Tisch da zu machen. Ne. Hier geht das auch nicht. Das ist ja voll doof, oder? Nochmal. Oder habe ich das irgendwie falsch verstanden? Das ist jetzt nicht mehr grün, sondern jetzt geht das. Great Wooden Cross. Okay, jetzt haben wir wieder hier zu wenig Punkte, dass das weitergeht. Not completed. Fixed Gravestone. Kann ich das jetzt machen? Ne, kann ich nicht machen. Reinigt mir jetzt nichts, oder was? Ach hier. Stone Repair Kit brauchen wir dafür. Okay. Tja. Fixed Corpse Hatch. Ne, machen wir das doch mal. Das können wir wohl. Okay, und dann? Ach so, dann werden die da reingelegt und die halten sich länger frisch wahrscheinlich, kann das sein. Da will ich nicht hin. Ja, das ist jetzt die Frage. Können wir jetzt hier einen Baum umnieten? Sieht so aus. Aha, die Loks nehmen wir jetzt mit und bringen die nach Hause. War da unser Haus? Da ist unser Haus. Jetzt holen wir uns noch einen da unten weg. Weil das waren ja zwei. Was ist bei hier los? Garden Remove. Okay, da ist nichts. Dann haben wir Scraper und so. Packers Horse to use. Das ist noch alles heil, das brauchen wir nicht. Was sind da für Blaupausen? Sawhorse. Ein Sägebock. 19 von 10. Prunk. Timber Stockpile. Ich glaube, wie machen wir das hier? Ach so, das kann man nur an gewissen Stellen bringen. Aber wir können damit jetzt irgendwas mit Holz machen. Das müssen wir erst aufbauen. Okay, und dann können wir da was craften. Wood, Billet und Flitch. Worken wir doch erst mal. Ah, not enough power. Das bedeutet, wir sind schon wieder mit der Nacht rum. Und sind dann in der nächsten Runde. Ja. Da ist schon wieder einer gekommen. Das können wir aber, glaube ich, noch machen. Dann sehen wir auch, ob die Kiste da jetzt genutzt worden ist. Ne, ist es nicht. Ja, weiß ich auch nicht, wofür das gut ist. Aber wir bringen das mal hier hin. Und der will doch sowieso nur wieder seinen Schnaps haben. Das machen wir mal. Ach, wir haben kein Power mehr. Aha. Das war also auch über. Naja, vielleicht ist es jetzt besser da wie da. Und wir gehen in unsere Hütte. Und müssen eine Runde schlafen. Schauen wir mal. Und dann kommt unser Geist doch wieder, oder? Ne, erstmal geht nur Power. Der Aladin, der ist, wenn man aufwacht da, oder? Ich bin so refreshed. Ja, klar. Das ist nicht gut. Nicht gut. Ich bin so sicher. 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 Ah, das ist ihr Lois-Bestard. Ah, ich kann nur dreamt, wie ein peacefules Rest wir haben. Oh, ich bin echt verrückt hier. Especiale das hier in der LRG, he ist so mean. Kannst du ihn einfach nur aus? Ja, dich ihn ab und schau ihn in die Rive? Kannst du dir das LICENSE, das ich zurückgebracht habe? Was LICENSE? und weg ist er ja dann gucken wir doch mal eine inquisitor you have seen the inquisitor right nearby going up with path to which hill oh sad he'll kill me or even more calm down i'll go distract him maybe i'll find something on the this hill that will help me get home jetzt hab ich das nicht gesehen was das da stand ok wir haben jetzt wieder power und eh nochmal hin und f so jetzt haben wir mehr von dem zeug gekriegt das holz war da da kamen die steine hin oder aber und so dass jetzt gerade der busch den wir da ausgraben naja dann machen wir das auch jetzt haben wir wooden stick gekriegt ok ja dann müssen wir vielleicht auch hier sowieso platz schaffen für andere dinge vier und zehn haben wir da bekommen und was gab es hier noch so zu bauen sowas haben wir ja jetzt schon timber stockball und furnace und trunk dafür brauchen wir vier von diesen flinch dafür brauchen wir vier von diesen flinch stone stockball und timber stockball weiß ich auch nicht timber stockball haben wir doch furnace wäre interessant dafür brauchen wir noch steine hier iron parts ok wir haben aber auch noch diese leiche da die wir noch zerlegen müssen bevor die vergammelt ach die war ja unten drinnen da können wir nichts mehr machen take body und dann können wir den weg bringen und unten rechts im grab sollen wir dafür den aladdin die kacke da ausgraben so jetzt haben wir die die bringen wir da oben hin weil die müssen wir ja weg bringen und die schmeißen wir da rein und dann vergraben wir das und die müssen wir mitnehmen die sollen wir in den fluss schmeißen hat er gesagt so fertig what do you think you are doing here so a ghost asked me to get rid of this body so what now you are just going to everything he asked it's not like he can do anything to you haha he is disembodied whereas i can bite you to death while you are sleeping of course i'd never do anything like that because we are friends but you get my point right anyway if you ask me the best way to get rid of a body is to turn it burn it do you know where that river leads how can i burn a body how can i burn a body you know that you are one of those guys who looks a lot smarter than they actually are thanks that's what i'm talking about you need fire and some wood huh it's a bit tricky to make the whole thing burn to ash where can i burn it hmm you need a nice quiet place like the place i use for my meditation cross the road from the mortuary entrance near the cliff tutorial known npc see each important character who the graveyard keeper meets will appear on the character screen bishop is clear the character's mod from 0 to 100 is shown below the character his motto pray preach and look like you won the lottery reach 5 at the graveyard the tasks related to her characters are listed to the right of the tractor some service requires a good level ok graveyard keeper that's you you need to get back home to your love snake he seems dangerous you get why everybody calls him snake gary i get a beer from the tavern make sure that inquisitor isn't looking for gary mrs charm demonstrate that you are worth talking to reach 5 at the graveyard krevsvold is next find 10 paper and 1 ink find a stamp and sell meat to horrid bring the letter to krevsvold the blacksmith in return ok ok ja gut dann wissen wir das schon mal in welchem brief haben wir denn noch haben wir den brief noch story crafted a random text generated study table recited simple and tasty use create baked mushrooms create baked apples ok destroy destroy ne das wollen wir nicht use ne wollen wir auch nicht das könnte ich hier machen use und energy potion die sollte ich vielleicht mal nehmen dann habe ich wieder ein bisschen also das bringen wir jetzt zum intkeeper erstmal denke ich gary sowieso weg haben wir das grab schon zugeschaufelt ja haben wir dann lass uns mal zum intkeeper erstmal gehen schauen wir da grad weiter und uns mal beim intkeeper so kriegen ne ja ja everything is ready monsignor good where there are any problems no monsignor except there was a strange fella snooping around muss ich klicken ne oh there he is halt guys calm down i live here at the graveyard he calls us guys why is a cultist for certain months i'm the graveyard keeper i work as a keeper of the local graveyard you can ask any of the villagers about me then you're definitely a new one i feel that you're telling the truth would you join me at the witch turning ceremony agree it would be my honor so how did you find yourself in such an interesting position tell him about the real world lie dodge i don't know well it has just happened there is nothing special to say and i find out what and i find out what your graveyard your graveyard is opening again at suspiciously auspicious time the dark cult is rising i can feel it right as angels within in my soul we've burned thousands of witches and heretics for thirty years and it's only the beginning burn the witch burn the witch light the fire light the fire yes monsieur why is this long live the great inquisitor hurray so you work with a lot of dead bodies hmm yet i think it's part of my job and you live right beside this hill near the graveyard that's right yes interesting interesting you know i need someone to be my friend here at the village a friend of mine is a friend of the holy inquisition i don't trust the villager they don't go to church and even refuse to lay in their graves after death but you're new here you might notice something unusual agree to be his friend sure it's a pleasure to be your friend a wise choice friendship is based on trust and goodwill to earn my trust and to be a friend of the inquisition you will first have to show your goodwill so i have a couple of minor tasks for you what kind of tasks? everything in due time today is day of wrath not a day of sweeting the minor details you can talk next or any other i like to come here there is no other place where i can feel my holy wrath to so deeply new task inquisitor meet me on any onward chill was that? was that i could already burn the leiches oder? und ich bräuchte nur holz geht würde ich sagen wood chill ja wir wollten aber in die kneipe und wollten da gucken dass wir das verkaufen oder? machen wir das doch erstmal tja weizen farm weizen farm the village das dorf und war die kneipe war das hier oben ja das good you know how to use a sword chrisvall told me about how you've helped him here i have a beer it's one on the house task completed do you know how i can get back home how can i get a town pass i have a stamp trade leave gibt's hier was interessantes für uns also bier haben wir doch jetzt genug oder? onion rings brauchen wir nicht firewood das ist alles essen talk you better talk with my husband talk you better talk with my husband leave leave ah den können wir auch noch sprengen ah beck luck not today und wer war dat hier noch? give him the ink give him the paper ask me the paint paper and ink you may have some of it in your church ja das war eine kirche you could get some from the old house to logah hills from the lighthouse here was my supplies before you had it gut dann haben wir das auch geklärt so jetzt ist die frage ne da weiß ich jetzt auch nicht was wir da machen wir haben auf jeden fall noch energie was zu tun zur stadt dürfen wir nicht schade i need a town pass ah die können da so durchgehen auch krass oder? dann gehen wir mal zum kniper und fragen mal gerade nach dem town pass oder? der hatte ja noch die frage da offen der hatte ja noch die frage da offen the town pass enter how can i get a town pass? hm it's rather complicated the inquisator the inquisator can grant a town pass you or you can just purchase citizenship okay let me think you know there is one villager who could help you mrs charme maybe she can help you keine ahnung wo mrs charme is miss jane wer ist das? guck mal tja weiß ich auch nicht wo die ist the village wer ist das? copernicus oder so wer ist denn das? stand doch da gerade oben oder? astrologer schade schade hat er gesagt auch krass oder? äh ja weiß ich auch nicht wo gehen wir denn jetzt hier hin? irgendwo zu einer ach das ist das lighthouse oder? ne doch nicht oder? ist das hier oben? ah hier ist der astrologer ja der ist weggegangen ne? hier kann man nichts machen hier kann man nichts machen da auch nicht hier ist nichts der war da aber ist dann leider reingegangen fischer oder was das auch immer war hat sich also erstmal erledigt ach da kommt er dann warten wir doch mal bis er da ist gucken uns das dann hier an oder? schauen wir mal was hier los ist jetzt geht dahin hi 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 du hast logger i used to be now i'm more of a lost soul in this dead end world i'm the new graveyard keeper seemits need your help everyone needs something exit me no rage brings only sadness young man you seem pretty heavy your trivial needs are meaning less to me so there's no way you can help me let me see you're looking after the graveyard yes psst quiet bring me a skull it's pretty illegal but who cares about that stupid inquisitor or new task bring a skull from the dead body the talking one gary he skinned me my friend i don't think it would be a pirated no i just need a skimple skull from any old dead body ok leave dann haben wir schon eine Aufgabe wieder die wir vielleicht auch dann bei dem nächsten dingens erfüllen können ok hier gibt es kein obst ich dachte man könnte das jetzt hier pflücken gut ist das regen ich glaube das ist regen ne gehen wir mal zurück ja keine ahnung wo das hier ist da gibt es eier kriegen wir die auch so fresh eggs great omelette great red ok trade feather and chicken eggs ok brauche ich jetzt aber nicht wer weiß wann ich es brauche aber wir wissen dass das das da gibt gut schauen wir weiter wer war das denn jetzt hier ich glaube die kann man nicht ansprechen da ging auch noch einer read ok weiter geht es zurück bringt hier ja nichts wo geht es denn hier lang ok da ist auch noch jemand miller gratings mel is broken sorry if you need something milled you better go to the town that's too bad but i have nothing to mill i live at the graveyard keeper nice to meet you i have some old reserves of you may find useful trade da 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 floor mehl ok und dann gibt es da später noch mehr alles klar wissen wir das auch aber da können wir jetzt glaube ich nichts machen und was ist unten ein bauernhof i need to finish my shorts or father will be terrifyingly wangry leave ok können wir nichts machen wo ist father keine ahnung wo er ist hier nicht und was close until he is the farmer ok alles klar dann finden wir hier wohl nichts gehen wir zurück da oben könnte man noch angucken aber machen wir jetzt nicht gehen wir erst weiter und kümmern uns um unser haus ist hier was nein ist noch nichts gekommen zum glück noch eine leiche wäre auch zu viel des guten da gibt es nichts für einen garten weil wir den noch nicht offen haben so da fehlen uns noch klamotten gut dann gehen wir da erstmal hin und machen hier weiter wünsch kraft kann man das mehr machen 12 ok aber so viele will ich gar nicht ok achso wir haben keine locks mehr deswegen geht das nicht alles klar da müssen wir erst irgendeinen baum umnieten niete technology der geht ok den legen wir dann da hin und dann gehen wir da hin und arbeiten da dran not enough resources ok aber jetzt will ich da erst wissen ok da haben wir jetzt da sowas wooden beam study not completed piece of stone ja piece of stone kriegen wir da oben hier vielleicht auch piece of stone ist die frage wie viel piece of stone wir haben lass mal gerade gucken lass mal gerade gucken inventory sieben wie viel brauchten wir und sehen wir da nicht sondern nur da vierzehn alles klar dann müssen wir nochmal gucken ja das ist ja auch ein piece of stone ne zwei das sind dann fünf noch drei noch ja da haben wir die drei doch oder jetzt müssten wir eigentlich genug haben dafür ja das würde jetzt gehen und jetzt brauchen wir noch kraftete wurden an simple iron parts fehlen uns jetzt ja gute frage ne ja pure from sticks cracked apple warte mal das will ich jetzt erst wissen wie steht das hier irgendwo ne sieht man nicht so wirklich kann man seine energie damit auffüllen füllen sehe ich jetzt nicht sticks brauchen wir da die sind auch daneben das sind zwei sticks ich glaube ihr braucht noch drei so jetzt hier gucken achso wir brauchen dann das das heißt das feuer brennt jetzt gerade umsonst kann man das auch löschen naja sieht nicht so aus schade ja bären hatten wir erpflatten wir nicht hm keine ahnung wo ich die herkriege das feuer brennt jetzt leider und brennt aus ohne dass wir da was machen können achso wir können mal gerade in unseren dingens gucken ne in unseren technologie baum ah das heißt wir müssen das machen damit wir extract skill kriegen dann können wir da unten weitermachen cool dann haben wir da unten schon was ok lass uns nochmal in unseren technologie baum gucken aber wir brauchen 10 von 10 hier geht nix da geht nix da haben wir was und der rest geht nicht da haben wir was und essen ist ganz viel ok müssen wir wieder erstmal sammeln dass was geht hm was sagt denn unser freund hier ich hab doch das bier gekriegt oder ich hab doch das bier gekriegt oder ich hab doch das bier gekriegt oder das bier 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 Maybe he is right, I should be more careful. So what was your question? Give him wine, leave. How can I get home? Easy, I am sure. You could use a portal on which will. So I just need to go through it, or what? Do I need to turn it on first? Yeah, but you don't have a brain inside here, so I am not sure where this knowledge is coming from. I have told you everything I can remember. Maybe some books from the livery could help you. Wow, the church has a livery in its cellar. Or maybe Astro knows something, he is a smart man, he used his steel books from livery when he was a kid. How can I get the livery, I asked about Astro, I will use it to the church and I think your winekeller might be connected to the church cellar. Now even the morgue is connected, there is a network on tunnels down here. Net net, I used to like fishing. I remember fishing. Once I caught a fish this hard, I have got no hands to show how big it was. But believe me, it was huge. It hates fish tails. And wants. Sure, sure, it's nice to have legs. Don't forget to bring me some wine. Get a bottle of wine. Ask about the Raskfrager. Oh, he is smart and very cheerful. I don't know him personally, I think. But his wine was the best. And he was a big friend of the lighthouse keeper. They used to hang out at the lighthouse every night. Where is the lighthouse? Somewhere near the let's seat, that it's done when all these questions are so frustrating. You are not a very good friend, you know. But just leave. See you later, alligator. So. Wo kommen wir jetzt an was? Ich brauche eigentlich jetzt hier Schrott oder so, ne? Kann man den Baum da umnieten? Kann man. Den konnte ich ausgraben oder was? Das wusste ich auch noch nicht. Okay. Ach, da kann man. Oh, Woodenmarker. Woodenmarker. Nicht Woodenmarker. Woodenmarker kann man machen. Okay, warum aber nicht? Uns fehlen dafür auch die Nägel. Craft. Oh, den Refresource ist jetzt wieder. Okay. Kommen wir jetzt hier weiter? Ich glaube nicht. Uns fehlt halt noch andere Dinge. Simple Iron Parts fehlen uns zum Beispiel. Und wir haben keine Energie mehr. Das bedeutet, wir werden jetzt schlafen gehen. Das bedeutet auch gleichzeitig, dass wir speichern und dann geht's weiter, ne? Jo, Sleep ist angesagt und dann müssen wir gucken, dass wir da... Ja, muss ich so oder so machen und dann kommt ja wieder der Typ da, ne? Der müssen wir gerade noch abwarten. Ich bin so refreshed. Okay. Okay. Good. It's much nicer without him at the graveyard. I'm still so sad, thought I'm so lonely. I was bad when I was alive. I should have been a better person. What do you mean? We are dead, but we still deserve some respect. Oh, fine, I'll tell you. Each corpse is soul's vessels. It means the marks of life sins are... Keine Ahnung. Teufel and good deaths are... Keine Ahnung. Even the best decoration can't make graveyards a peaceful place. When it is full of... Ja. Ja, verstehe ich auch nicht. Genauso ist es. I'm sure you don't harm. You better take a good care of the graveyard. I'll be watching you. I can't do anything. I'm so sad. Okay. Tutorial graves. All human remains have their own ink. Ja. Okay. Alles klar. Die muss man halt besser machen. Das ist auch klar. Also nichts Neues. Gut. Wenn ich das nächste Mal, glaube ich, starte, dann ist der nämlich nicht da. Der Aladin, dann haben wir diese Informationen nicht. Deswegen habe ich die gerade noch mitgenommen. Aber hier ist immer der Speicherpunkt, wenn man geschlafen hat. So, dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Und macht ein Abo, macht einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Gebt euch die Glocke, damit ihr dann mitkriegt, wenn ich ein Video hochlade. Schreibt was in den Kommentaren zu dem Spiel. Und ja, wenn ihr dann Bock habt, teilt das auf allen Kanälen, damit andere das auch mitkriegen. Alles klar. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.